Entsprechend unserer Philosophie, wir sind erfolgreich, wenn unsere Mandanten erfolgreich sind, beraten wir seit 1924 unsere Mandanten. Im Fokus unserer Tätigkeiten stehen die gesamten steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Unser Ziel ist immer eine vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Das Zusammenwirken der verschiedenen Kompetenzen und Spezialisten sichert intelligente Lösungen. Unsere Fachspezialisten garantieren aktuelles Know-how für ihre Ziele und Visionen. Mit gut 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es fällt somit möglich, insbesondere mittelständische Mandanten an den Standorten Nürnberg, Bayreuth und Weiden umfassend zu beraten und zu betreuen. Zu den Kernkompetenzen gehört die Rechtsberatung, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arzt- und Arzthaftungsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht, Reiserecht, Familienrecht, Mahn- und Vollstreckungsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht und Steuerstrafrecht, Bau- und Architektenrecht, Erbrecht, Maklerrecht, Verkehrsrecht, Mietrecht, IT- und EDV-Recht. Ganzheitliche steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung, sinnvolle Strategien zur Steueroptimierung und aktive Reaktionen auf Veränderungen sind unser Anspruch. Mit der Fels-Unternehmensentwicklung gehen wir in die Verantwortung, von Controlling bis hin zum Interimsmanagement. Vernetztes Denken und interdiszipliniertes Handeln, das sind unsere Stärken, die unseren Mandanten helfen, ihre Visionen zu erreichen und zu erfüllen.